Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Mensch, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. LOL. Warum kriege ich eigentlich das andere Star Trek nicht mehr? Hm, check out. So. Apoi. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, dann wollen wir mal schauen, Raffnerie ist eins. Das erste mal, dass ich die voll habe. Nicht schlecht, für Zehra. Das ist aber teuer, 6000, ich hab nur 12.000. Oh, was sind meine Schiffe? Okay, alles zu Hause, jetzt nochmal. Den mach ich erstmal nicht. Lass mal die anderen alle auf der WC machen. Okay. 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 Ich kann ihn aufwerten. Verbrechen. Okay. Hm. Okay. Dann halt so. Das hier ist noch falsch. Okay. 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 Ich habe ihn von einem Schiff geklaut. Jetzt ist es optimal, hier auch, das ist doch schön, das freut mich, so, dann geht es jetzt weiter. Dann machen wir einmal hier die Bauart, wer schlägt dem vor, dann nehmen wir doch den. Oh, was ist hier? Ein, zwei. Eine Forschung. Hm, ist so teuer. Aber, der geht. Also sind die beiden schon mal entgangen. Was ist das hier? Oh, ich hoffe mal hin. Verbesser die Schiffswerfer auf den Level 10. Oh, das könnte ich auch machen. Sie segnet den Cap. Ah ne, die war zu stark. Das schaffe ich nicht. Schauen wir uns mal an. Ich glaube die waren mit 2900. 2300. Mein Bomber ist stärker. Guck mal, mein Ernteschiff ist stärker wie mein Kampfschiff. WTF? WTF? Das ist nie witzig. So, ich würde den im fliegen. Ah komm, mach mal. So. So. Haben wir. Sind wir auf dem Weg, um den Captain zu besiegen. Oh. Ja gut. Das mache ich dann gleich. Niederlage. Okay. Dann machen wir den hier. Tritanium. 2500 Tritanium abbauen. Wir drehen. Wir drehen uns das an. Das ist wichtig. Wir drehen uns den kleinen Pästen. Wie wir das mal an. Wenn wir den shotzen lassen. Und wenn man ihn anschaut. Und wir schlafen. Wir drehen uns dieleo. Wir drehen uns die kilometers. Wir drehen uns das viel, das lange gibt. Wir drehen uns das. Wir drehen uns das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir drehen uns das Küchen. Wo ist meine Galaxie? Ah, hier ist es... Da. Am besten, dass Sie einen Tag hervenden Tag zerstören? Was hat mir geblieben? Wie soll man das auf das Blatt für Sie? Ich bin der Tag in überraschend. Ich bin der Tag noch dringend. Okay, das ist schon mal das falsche, hier habe ich Paarstahl, Galaxin, das habe ich bei denen. Ah, hier habe ich Tritanium. Ja, ich will das zu denen. Ja, okay, kein Problem. Gut, da haben wir, ist überhaupt in dieser Quest in Gange. Tritanium. Auf der Flucht. Das schaffen wir. Was ist der hier? Nein. Ach, Mensch, was habe ich da nur gedrückt? Nochmal zurück. Nochmal zurück. Da drauf. Orten. Andrücken. Da drauf drücken. Dann war ich so. Los, fliegen wir da hin. Wie lange brauchst du? Zwei Minuten? Dann trinke ich mal einen Schluck Wasser. Okay. 14.170 Tritanium kriege ich rein. Oh, hier habe ich da auch noch mehr Sachen. Das ist gut. Dann mache ich gleich die ganzen Sachen. Dann. Oh, woher hier hinkommt. Schriedia? 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 Guttwein? Hallo, ich war schon mal hier. Ich war schon mal hier gewesen. Schriedia. Ach, ja. Das spieler ist nur 600 stark, wir sind da, dann schauen wir uns mal das an, scannen, ich bin stark, er ist schwach, Angriff. Bom, 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 daum ist er. Na, 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 na. Na, na, na. Was ist denn hier noch etwas drin? Einmal schauen... Ah, hier! Hm. Eingriff. Super! Super! Das war's hier dann hier. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten. Den schaffe ich noch nicht. Da ist ihm vorbei. Dann natürlich dann auch. Okay, jetzt zur Station zurückfliegen. Und danach kommt der da dran. Okay. Okay. Dann. Ja. 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 Schauen wir uns mal die Basis an. Außen, hier kann ich nichts reparieren, Kommandant Level 2, OPS Level 17, das dauert noch ein bisschen... Schiffsbau? Ne. Keine Fragmente. Vorne ein paar, aber noch so wenig. Hier habe ich einen und den habe ich auch schon. Den brauche ich. Ich habe ja den hier und den hier. Der Alter wäre auch noch cool, wenn ich den irgendwie kriegen würde. Aber wo gibt es die Fragmente? Naja, egal. Schauen wir mal nach. Schiff ist schon da. Schiff ist da. Dann reparieren wir den gleich mal. Zack, fertig. Abholen. 10 Minuten für eine Quest? Boah, lange. Gut, dann geht es jetzt zur nächsten Quest und das wäre der Gejagte. Wie lange ist er jetzt unterwegs? 10 Minuten. Obwohl, der ist auch gar nicht so weit weg. Naja, egal. Dann haben wir noch die Quest. Also ich werde noch die einiges zu Ende machen. Sonst wird es so lange dauern alles. Ich werde noch die Quest machen. Es kommt darauf an, wie viel vorgequestiert, weil das steht ja im Fragezeichen. Man weiß es nicht genau. Und ich war noch nicht in den System. Aber das ist auch ein Level 4 System. Also ziemlich laut. Meine Gesamtstärke ist 30.000. Meine Gilde. Muss ich hier eigentlich noch was machen? Gebiet? Ich habe kein Gebiet. Eieieiei. Ich würde ja gerne was spenden. Ich könnte das hier glaube ich spielen. Level 2. Okay. Mitglieder Volumensreihe erhöht. Hm. Brauche ich nicht. Wie weit geht es hier? Oh. Bis 50. Bis zu 100 Mitglieder kann man dann haben. Kräftig. Ah, man kann 6 Leuten helfen. Vorher war es nur 5. was ist das hier? So ein Slot. So ein Slot. Hm. Das sind's. Das sind's. Das ist die Gildebewerbung. So ein Slot. So ein Slot. Ja. Ah, wir sind schon da. Muss es dem anschauen. Wir wollen zu... Was ist das denn hier? Ja, anscheinend ja, sonst sehe ich hier nichts. Tagesziel erreicht. Äh, darauf. Angriff. Ja, anscheinend. Erstmal wird er gefangen. So. Oh. Und wieder zurück. Was? Das ist nur da für jeden Fall. Es gibt noch zweimal Quest. Aber da ist ne Quest und hier. Ja, das ist ein Material Power. Der Power Stahl. Ach, ja. Galaxie. Ich hätte auch hier rüber fliegen können. Da, zack. 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 Und da wär ich. Na ja. Schon wieder hier? Da war ich doch grad schon mal drin. Eine Quest. Aber die ist immer noch. Grau. Grauuu. Haaaaa. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Ich denk mal, es waren Schiffe besiegen. Stimmt, stimmt. Schtimmt. dann ordnen wir mal unser schiffchen system anzeigen und da kommen wir gleich angeflogen da sind wir 123 stärken 16 6 Reparieren, 8 Sekunden. Gratis. Machen wir den nochmal? Boah, ne. Meiner schwach gegen den. Also den krieg ich auch nicht fertig. Und den? Schon wieder 3 Minuten. Boah, das gibt's doch nicht. Boah, hab ich nur so lange Strecken. 15 Minuten hab ich noch. Ah, ich glaub ich mach gleich schon Feierabend. Und abholen. Recruiten. Standard. Hm. Nichts besonderes. Nur die Standard-Tribut. Angebot, Sieger. Meilensteinrecht. Einsammeln. Oh, schön. Da hab ich auch mal was gewonnen. Na, wo ist denn der? 1 Minute 20. Dann braucht der noch. 50 Minuten. Boah. Lass, ich werde in den System. Level 11. Ui. Da muss ich aufpassen. Hier sind die Level 9er. Ich muss doch in ein Level 9er rein. Elijo. 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 Warum haben die so komischen Namen? Nein. Chinia. Eral. Oder. Dior. Keins davon. Ich habe Angst hier. Hilfe. Lass. Dann hab ich doch hier Goas. Also. Ne Quest auf Goas. Komm. Spende mal. Will schon. Die nächsten 4 Quester. Oh. Ne. Das kann ich wohl vergessen. Das kann ich wohl vergessen. Nein. Nein. Äh. 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 Oh. Ähm. Ich höre wieder hier rauf. Das war diese Quest. Nein, das war diese Quest. Den konnte ich nicht bewissigen. Der war groß. Zu schwer. Rückruf. Und wieder zurück. Unser letzter Flug nach Hause. So. Und den werden wir irgendwann mal machen. Dann gehen wir mal nach außen zur Basis. Und jetzt gehen wir rein. Ach. Eine Minute. Und. Dann gehen wir mal nach. Und dann gehen wir mal nach. Und dann gehen wir mal nach Hause. Out. Dann gehen wir mal nach. Seitens auch mal nach. Es gibt eine Teile. Also. Dann machen wir mal nach. Schnellen. was war das, was war das, ich habe Angst, war das ein Geist, was macht dann die Sache für die, ach das sind die, das ist halt das, den habe ich, den habe ich schon mal gehabt und den auch, oder warum leuchtende Krüben, hm, wenn ich das ist, ich komme ja nur hier sehr schleppend voran Das Spiel dauert sehr lange, aber macht Spaß, ich habe zwei neue Rekruten, oh Premium, nicey geissy, hm, kein gekriegt, Schade, Stunnerort, eins, und gleich nochmal eins, neue Rekrut, Riechen, ok, hier, die kann man befördern, und die kann man befördern, Zwei, die waren, aber befördert, ok, gut, 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 So, bei dieser Quest sind wir dran, rote Flagge, ach, das war den, konnte man nicht, der darunter haben wir gemacht, genau, Tritannium, da sind wir gerade bei, boah, ich mache drei Quäste hier, nice, Ja, ich würde mal sagen, dann kommt wieder das nächste Mal dran, Hm, immer noch, Oh, da kommt es nicht weiter. Oh ja. Sprengen sie? Ich bin doch schon zurück. Gut, da haben wir den jetzt nochmal gemacht. Ach so. Und was sagt er jetzt? Den aufhärten. Da wird eine Forschungseffizienz auf 11 erhöht, ersteigert, erhöht. Ich würde lieber sagen, den hier. Okay, Angebotevent. Dann warten wir noch einmal auf den hier. Da ist er gleich so weit. Komm schon. Immer wenn es so drauf wartet, hat man das Gefühl, das dauert so eine Ewigkeit. Weil sowas macht, nebenbei das Gucken, das Gucken, gehts viel schneller. Wie viele freie Fehler ich hier auch noch habe. Verrückt. Hier auch noch. Wow. Das ist verrückt. Da kommen also noch so viele Sachen. Noch ganz am Anfang. Gibt es hier eigentlich eine Rankinglist? Schiffe? Nein, Schiffe. Keine Ahnung. Nummer 1. Ressourcen abgebaut. 1. Ressourcen abgebaut. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. immer alle Gegner zusammen. Ich bin auf 0. Warum? Ich bin auf 5.774. Heftig. Nochmal. Und Ressourcen abbauen. Ich habe heute noch gar nichts abgebaut. Nein, das stimmt. Allianzen? Null. Allianzen. Ressourcen abbauen. Gegner. PVP. Null. Und bei Macht immerhin 263. Es ist doch keiner auf 100. Auf Level 100 also. Ich bin ja Level 2 mit 32. Boah, da war einer. Level 2, Level 1. Hier auch 2 Level 1. Nice. Gut. Das war es dann für heute. Ich habe auch nur noch 5 Minuten. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann.